So, meine lieben Freunde, weiter geht's! Video 58 Löse das Pyramiden-Puzzle Das muss ja was drin sein Oder was mit der Kanone zu tun haben, weil die Kanone hab ich auch noch nicht benutzt So muss ich irgendwas von der Kanone kaputt schießen Das werden wir gleich erfahren So Löse das Pyramiden-Rätsel Ich würde sagen, ich muss die Spitze abschießen Einfach mal so ein pauschaler Pauschaler eingeben Ja, mit der Mütze macht das wohl wenig Sinn Obwohl, ich war da ja schon drin Nee, ich mach's Also gleich muss ich ja die Mütze eh aufhören Okay, dann gehen wir mal in die Pyramide Fuck Hallo? Da geht doch. Da brauche ich auch nicht so eine Käppi, da reicht doch sowas. Ja, Baby. Ich muss ja auch einfach nur mal um die Spitze fahren. Ja, Spitzen-Driving. Wow, 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 wow. Los, der muss kaputt gehen. Gut. Rein hier. So, was könnte denn noch das Pyramiden-Rätsel sein? Das war meine E-Richtung. Ne, damit hat das nichts zu tun. Okay, das ist auch nicht richtig. Was müsste es doch eigentlich sein? Da geht es bergab. Ja, ich muss gleich voll abniesen. Achju! Es tut mir leid. Ups. Wenn ich euch jetzt sage, dafür konnte ich nichts, glaubt ihr mir? Aha. Dann, glaub ich, immer noch, es hat was mit hier hinten zu tun. Okay, ich bin hier hochgekommen. Steht hier. Ach ja, okay. Ja, ja, dass ich da lang, mich, mich langkotten kann, das ist, äh, ganz toll. Ja, toll, das ist doch kein Unterschied zu vorher. Hier war ich doch schon mal. Ich kann jetzt einfach mal mit dem blöden Sand bleiben. Hä? Ich hab das gerade gesehen. Die Münzen haben damit rein gar nichts zu tun. Das sind die Münzen, die irgendwie im Sand liegen. Genau, warum gibt's doch mal so Sand? Ich hab noch mal Sand raus. Da ist noch so eine besondere Münze, da ist noch so eine besondere Münze, da ist noch so eine besondere Münze. Nein, dann wollen wir das doch mal... das Rätsel lösen. Also ich geh mal davon aus, dass das jetzt das Rätsel ist. Ich würd' mal sagen, grandios verkackt. Wär ich doch einfach auf Nummer sicher gegangen. Dumm, wie ich hier aber bin. Das wäre nichts. Dann will ich noch mal ein Leben. So. Öpa! Öpa! Ach, fuck. Aber ob eine von den Münzen vielleicht auch eine geheime ist? Man weiß es ja nicht. Vielleicht die, die genau bei der Elektrizität ist. Wie ihr das gehört, das ist ein Fachwort. Elektrizität. Knallhart, ey. Schmeiß ich euch hier die... ...harten Fachwörter um die Lase. Will ich... ...people hätten gesagt, das ist Strom. Ah. So renne ich auch immer durch die Gegend. Wenn ich irgendwo einen Stecker in der Hand habe, ne, dann sag ich... ...oh, ich brauch unbedingt Elektrizität. Oh nein! Oh, dummi Vendetta, dummi Vendetta! Elektrizität! Oh. Nein, Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Nimm das! Was sagst du über meine Mutter? Was? Nimm das! Hässlich, Kumba. Da geht doch. Oh. Ach, du Spackel. Alter. Ja, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Hm. Manchmal hasse ich ja das Spiel hier, ne? Kann mir keiner erzählen, dass von dem Gumba das Ding hier hochgeflogen ist. Endette, das machst du noch diesmal richtig. Oh, ne. So. So, jetzt sind wir endlich hier wieder oben. Das hat ja schon lange genug gedauert. Wow! Mach du noch mal so eine Spasti-Scheiße. Alter! Einfach dahinter. Ist das denn so schwer? Pff. Okay, die haben alle damit nichts zu tun. Ah, da. Pff. Oh Gott. Ehrlich jetzt? Ehrlich? Oh, warum? Oh Mann, ey. Ich könnte gerade so brechen, ne? Ich könnte so brechen. Ha, easy. Ist ja wie bei Donkey Kong früher, über Fässer springen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass... Ähm... ...mich das hier so abfuckt mit dem Rätsel der Pyramide. Aber hätte auch sein können, dass ich was von außen beschießen muss. Dass es jetzt hier diese komischen Münzen sind. Wer konnte denn das ahnen? Richtig hardcore wären sie gewesen, wenn sie rote Münzen auch hier drin versteckt hätten. So. 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 Ich bin mal ganz vorsichtig. Oha. Ok. Warum sind sie denn jetzt nicht? Da ist alles. Hup. Da ist sie. Ok. Huhuhu. Umdrehen. Oh. Meine Güte. So. Ich glaub, ganz versinken werde ich nicht. Lauf, Mario. Oh, Gott sei Dank. Aber das war wirklich Zufall. Dass ich das jetzt gefunden habe. Ein Döser ist Pyramiden-Rätsel. So, wollen wir mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir sind hier fertig, meine lieben Freunde. Im nächsten Video seht ihr einen neuen Abschnitt, also ein neues Level. Haut rein und bis dahin. Ciao, ciao.